es wird wieder spannend auf dem drohnenmarkt denn es erwarten uns gleich drei neue selfie drohnen modelle unter 250 gramm und die haben es in sich welche das sind wie die ausstattung der jeweiligen drohnen ist das vergleichen wir jetzt mal in meinem video ich wünsche euch dazu wie immer ganz viel spaß beim anschauen wir vergleichen heute mal die dji neo die hover x1 pro und die hover x1 max miteinander und damit ihr euch so ein bisschen einen blick machen könnt was das konzept der neuen selfie drohne so ist dass ich hier mal die hover x1 um mich herum fliegen und dieses konzept der hover x1 existiert ungefähr schon seit gut einem jahr kann man sagen da gab es dann die drohne nagelneu im shop zu kaufen und die hat sich natürlich auch richtig gut durchgesetzt und dieses konzept für selfie blogger einfach mal ein bisschen mehr erweitert mit den klassischen drohen kannst du ja bloß steuerweise geradeaus fliegen dinge tracken und andere dinge machen aber so jetzt direkt eine person nahe in den mittelpunkt setzen das geht relativ kompliziert und da hat aber meiner meinung nach eine marktlücke aufgegriffen und dji als marktführer hat natürlich nichts in diesem konzept zu bieten also müssen sie auch ran und veröffentlichen natürlich jetzt die dji neo dji ankündigung eine eigene selfie drohne auf den markt zu bringen hat natürlich hover dazu auch noch mal bekräftigt schneller jetzt die neuen drohnen zu leaken und die schlafen natürlich nicht die möchten in diesem segment auch marktführer bleiben also gibt es jetzt von der firma zero robotics dem hover x1 hersteller gleich zwei neue drohnen jetzt ist natürlich nicht einfach aus diesen drei drohnen die drohne raus zu filtern die für deine ansprüche genau die richtige ist und dafür ist dieses video da denn wir schauen uns jetzt mal die gemeinsamkeiten die unterschiede und natürlich auch die technischen aspekte von allen drei drohnen an zwischendurch seid doch mal so lieb und schreibt hier in meine kommentare ob euch das thema überhaupt interessiert also ist es überhaupt interessant für euch so eine drohne zu besitzen oder fliegt ihr lieber klassisch mit euren drohnen hin und her für die meisten wird es natürlich interessant sein die drohne als zweite kleine drohne mitzunehmen das heißt für mich definitiv für meine fahrrad videos einfach mal schnell rausholen zack ein shot machen und dann wieder in die hosentasche stecken und weiter fliegen so muss man dann die großen drohnen nicht immer auspacken mit dem controller verbinden und das ganze dann sozusagen wieder ein und auspacken dann sind die natürlich auch noch sehr groß und fallen auch sehr viel auf und gleichzeitig natürlich kannst du sie nicht überall fliegen das passiert mit den kleinen drohnen natürlich auch nicht die kannst du auch nicht überall fliegen aber sie sind wenigstens klein und handlich man hat sie übersichtlich in der tasche und kann sie öfter mal schneller einsetzen als die großen standard drohen und bei der jetzt schon erhältlichen hover x1 ist es so dass du dich selbst tracken kannst einzelne autos oder tiere ohne menschliche begleitung macht die drohne nicht mit also du musst schon mit dabei sein dann nimmt sie auch auf ob das aber bei den neuen konzepten weiter beibehalten wird das kann ich noch nicht genau sagen aber auf alle fälle wird der faktor mensch bei diesen drohnen und deren aufnahmen im mittelpunkt stehen jetzt habe ich mir bei die hover geholt um euch das ein bisschen mehr verdeutlichen zu können denn eine gemeinsamkeit ist natürlich beide drohnen können autark direkt aus der hand geflogen werden das heißt du brauchst weder eine app noch ein controller du machst einfach hier sozusagen die handbewegung dann merkt die drohne sie soll fliegen beziehungsweise gibt es das hier sozusagen über das menü ein und es wird weder eine app noch ein controller benötigt beide drohen werden natürlich auch gestensteuerung und sprachsteuerung beherrschen das heißt dass du hier einige sprachbefehle programmiert hast und dann natürlich mit der gestensteuerung hier die drohne wieder zurückholen kannst beziehungsweise dann die aufnahme auslösen kannst oder auch die aufnahme wieder schließen kleiner unterschied bei dji kann man dann sogar noch einen controller benutzen beziehungsweise die dji goggles hier sozusagen mit dazu verwenden die drohne zu fliegen ob das bei der hover x1 pro und bei der hover x1 pro max genauso ist das steht noch so ein bisschen in den stern da gibt es sozusagen noch keine leaks bei beiden apps wird es auch möglich sein dann zu kommentieren das geht jetzt bei dji über den controller in dem du dort ein mikrofon anschließt bei der hover x1 im momentanen zustand ist es so dass du in der app in deinem smartphone eine funktion hast dort kommentare aufzunehmen und die werden dann sozusagen per bluetooth in deiner aufnahme mit eingespeichert bei dji wird es in der app auch so funktionieren aber gleichzeitig kannst du natürlich bei dji auch das dji mic 2 dazu benutzen dass ich hier sozusagen aufnahme dran habe um dann noch einige kommentare während eines drohnen flugs loszuwerden die dann automatisch mit auf dem aufgenommenen material sind das transportkonzept bei beiden ist auch eigentlich gleich das heißt klein und kompakt und ab hier sozusagen in die hosen tasche und von der hosen tasche natürlich wieder rausgeholt der einzige unterschied zwischen haver und dji wird dann sein dass dji eine feste verbaute form hat und bei der hover ist das ganze natürlich dann hier auf und zuklappbar auch mit der datenspeicherung der aufnahmen verfolgen natürlich beide das gleiche konzept einfach auf den verbauten festplattenspeicher sichern und dann per smartphone beziehungsweise usb c kabel auf das tablet auf das smartphone beziehungsweise auf den computer übertragen eine sd karte die werden beide nicht haben da sie dann einen verbauten festplattenspeicher haben beide verfügen natürlich dann auch an der oberseite über verschiedene bedienknöpfe mit denen du die jeweiligen modis einstellen kannst wie zum beispiel verfolgung rocket foto video und so weiter und ebenfalls kannst du hier dann diese drohne programmieren ohne weitere hilfsmittel zu benutzen das heißt du stellst einfach nur von dein modus ein legst sie auf die hand dann startet sie automatisch und macht das was du programmiert hast beide werden natürlich auch sehr robust gebaut werden so dass sie hier auch mal einen absturz beziehungsweise ein hindernis bewältigen können ohne wirklich gleich kaputt zu gehen auch beim akku konzept wird man bei den jeweiligen drohnen gemeinsamkeiten finden ladeschalen und ersatz akkus wirst du bekommen und die flugzeit die wird natürlich aufgrund der kleinen bauform auch geringer sein als bei den klassischen drohnen wichtig ist natürlich noch zu sagen dass alle meine recherchen vor der markteinführung auf leaks und infos aus dem netz beruhen und das bedeuten natürlich dass nach dieser markteinführung hier die eine oder anderen änderungen noch vorgenommen werden können die jetzt noch nicht bekannt sind fangen wir gleich bei der dj neo an und kommen auch gleich zur größe denn hier sollen laut leaks die maße 157 x 130 x 49 mm sein das entspricht in etwa hier direkt meiner hand also ähnlich von der größe wieder zusammengeklappte zustand der hover x1 die es jetzt schon zu kaufen gibt aufnehmen lassen sich dann mit der neo videos bis maximal 4k 30 fps sowie fotos mit 12 megapixeln die kamera wird einen 1 zu 2 sensor haben mit 14 mm brennweite und einer blende von 2.8 die bildstabilisierung die gibt es dann wahrscheinlich ausreichend elektronisch denn viel ist mit gimbal ja natürlich hier nicht denn gimbals können kaputt gehen und bei solchen drohnen braucht man wirklich massive bauweisen die flugzeit wird mit etwa 18 minuten angegeben der interne speicher ist mit 22 gigabyte angegeben was etwa 40 minuten aufnahmedauer von 4k entspricht bzw 55 minuten in 1080p mit 60 fps beim gesamtgewicht rechnet man hier etwa mit 135 gramm damit erreicht sie level 4 bei der windresistenz und es etwa 60 km h schnell weiterhin kommt die dji natürlich wir kennen es alle mit den bekannten funktionen wie return to home und auch tracking und eine hinderniserkennung ist momentan in den leaks nicht verzeichnet das heißt die wird ohne hinderniserkennung auskommen jetzt setzen wir gegen die dji neo mal die hover x1 pro und die ist etwas größer und mächtiger als neuer version denn mit 173 mm x 149 mm x 39 mm ist die pro etwas breiter und höher als die dji neo mit 39 mm allerdings eine spur dünner und im gegensatz zur dji drohne sind dann natürlich die propeller käfige bei der hover eher wie hier natürlich auch schon bei dem ersten modell zusammenklappbar was meiner meinung natürlich definitiv hosentaschen freundlicher ist die hover x1 pro wiegt dann 192 gramm deutlich mehr als die reguläre x1 die es jetzt zu kaufen gibt oder die dji neo die dji x1 überholt dann aber die dji neo bei den kameraspecs laut teaser ankündigung des herstellers kann die pro drohne mit dem 1 zu 2 zoll sensor und einer äquivalenten 17 millimeter optik 4k videos mit 60 fps aufnehmen und bei 1080p sind es dann sogar schon 120 fps bei dji geht dann nur maximal 60 fps in 1080p auch die flug eigenschaften wurden hier verbessert so kommt natürlich die neue x1 pro auch auf 60 km h fluggeschwindigkeit und die windresistenz steigt auf das level 5 das ist ein level höher als die neo was noch ein ganz besonderer fakt ist an der rückseite wurde sogar eine hindernis erkennung integriert und der hersteller verspricht bis zu 16 minuten flugzeit und das fliegen über wasser schnee und an klippen natürlich wirst du auch ebenfalls funktionen finden wie return to home und die tracking funktion wer vom iphone gewohnt ist dass max immer größer ist als die reguläre pro variante der muss hier mal ein bisschen umdenken denn die hover air x1 pro max ist nämlich genauso groß und schwer wie die hover x1 pro auch die flug eigenschaften hat sie natürlich laut herstellerangaben mit dem pro bruder gemeinsam auf maximalem niveau sind natürlich dann die kamera funktionen hier wagt man sich auf neues torrent denn erstmals soll eine unter 200 gramm wiegende drohne 8k videos aufnehmen können und zwar mit 30 fps bei 4k sind es dann 120 fps und bei 4k 60 fps geht das ganze auch noch in hdr und 10 bit hlg damit das ganze dann noch schärfer und noch besser aussieht kriegt die pro max drohne dann auch noch einen 1 zu 1 drittel zoll sensor mit 16 millimetern optik hdr video 10 bit 14 stops bei der dynamic range also das ist schon eine ganze menge an versprechung für die filmer die dann sozusagen noch ins kleine detail wollen gibt es natürlich auch noch im zubehör nd filtern und damit ist sie fast schon auf dem niveau der dji mini 4 pro allerdings kann die dji mini 4 pro noch keine 8k videos produzieren weiterhin unterstützt die x1 pro max natürlich noch unwahrscheinlich schnelle übertragungsgeschwindigkeiten bei wifi 6 sind es dann bis zu 1,2 gigabyte per sekunde und natürlich ist nicht nur 8k dabei sondern auch eine hinderniserkennung sowie weitere neue funktionen die aber jetzt noch nicht aktuell geleakt sind jetzt hast du natürlich einen überblick bekommen was hier sozusagen bei den drohnen alles möglich ist du solltest jetzt erstmal überlegen was brauchst du denn überhaupt für ansprüche und kannst dir dann natürlich die ideale drohne zurecht legen und bei dji geht man natürlich hier relativ über den preis dji möchte sich im markt neu etablieren ist marktführer und möchte natürlich auch marktführer bleiben ebenfalls in dieser nische der selfie drohnen und gibt hier eine preisangabe in den leagues von der einzel drohne von ungefähr 300 euro an das combo pack liegt dann zwischen 380 und 450 euro also fly more combo mit akkus und einigem zubehör und das ist natürlich schon mal eine richtig große ansage an den markt denn die jetzige hover x1 bekommst du aktuell in der einzelversion für 380 euro die macht aber nur 2,7k mit 30 fps in der spitze und hat natürlich auch nicht mehr so die neuen funktionen die jetzt wahrscheinlich die dji neo bieten wird die hover x1 pro die dann neu erscheinen wird hat natürlich viel mehr specks leider gibt es hier noch keine aktuelle preisangabe aber wenn man sich den markt mal so anschaut denke ich wären 500 euro fair für dieses mehrvolumen was sie gegenüber der dji neo bietet aber wie gesagt preislich sind das jetzt nur meine spekulationen hier ist wirklich noch nichts draußen im netz oder nachzulesen kommen wir jetzt mal zur hover x1 pro max und die kann ja jetzt 8k und noch weitere unwahrscheinlich coole video features bieten aber das problem ist natürlich dann der preis und ich weiß nicht wo die sozusagen anfangen wird und wie die sich sozusagen preislich strukturiert vermute aber dass hier die hover x1 pro max nicht unter 1000 euro anfangen wird was natürlich auch gerechtfertigt ist für diese ganzen funktionen ich meine 8k bei nicht mal 200 gramm das ist schon eine herausragende leistung wichtig ist natürlich auch dass die stabil bleibt dass die ordentlich fliegt dass die vernünftige funktionen hat und das macht was du möchtest denn am anfang gab es natürlich hier bei der hover x1 in der 2,7 k version die jetzt zu kaufen kriegst naja so einige probleme die dann sozusagen gefixt wurden also das waren so bugs manchmal hielt sie einfach in der luft an dann ist wieder nicht geflogen aber mit der jetzigen version kannst du richtig gut arbeiten und wenn wir natürlich vergleichen gibt es natürlich auch noch die jetzige version zum preis von 380 euro die liegt dann so ein bisschen über der dji neo wobei ich dann lieber die dji neo empfehlen würde weil die natürlich schon 4k 30 fps macht es ist gar nicht mal so einfach aber was ich vermute ist dass die 8k drohne sich vielleicht für videoprofis so ein bisschen durchsetzen wird aber nicht so gut verkauft werden wird wie die 4k 30 und 60 fps version die da sozusagen hier von haver kommt oder auch die dji neo von der veröffentlichung her sieht so aus als wenn die dji neo jetzt als erstes kommt und danach wird dann haver wahrscheinlich mit der 4k version nachziehen und ich denke die 8k version wird noch so ein bisschen auf sich warten lassen aber das sind wie gesagt alles nur meine vermutung ich finde es bleibt spannend ich bin froh dass es jetzt eine bessere selfie drohne gibt mit 4k 30 fps weil ich nutze die hover x1 hier schon sehr oft an meinem fahrrad für meine videos und finde die einfach entspannter als normale große drohne ich habe noch eine dji air 3 und die ist natürlich auch top mit den beiden objektiven aber die kommt halt nicht so nah an dich ran und wenn ich hier gerade in der natur unterwegs bin wieder an den rucksack ran den controller rausholen die drohne verbinden starten dann den controller hier sozusagen um den hals machen das ist das was mich am meisten nervt weil du musst die natürlich auch immer überwachen können und das geht alles mit diesen drohnen einfacher du brauchst keinen controller die folgt dir einfach auf dem fahrrad die macht was du vorher einprogrammiert hast die track dich ist leichter allerdings werden diese drohnen natürlich in der lautstärke etwas lauter sein als normale drohen weil sie natürlich hier mit vielen umdrehungen arbeiten müssen um überhaupt dieses kleine dings zu bewegen und die hover x1 ist natürlich auch schon relativ laut also das werden keine leisen drohen werden aber trotzdem ist es eine bereicherung für den markt und natürlich auch für dieses konzept in der social media blase dass du dich sozusagen so ein bisschen selbst verwirklichen kannst dass du hier mal schnell eine drohne rausholt dann wieder einen shot machst und das ganze ist natürlich richtig super zu machen mit kleinen drohnen die so 20 minuten akkulaufzeit haben ist auch nicht schlimm der festplattenspeicher reicht aus ich bin gespannt wie es dann so aussieht und wer dann natürlich zur veröffentlichung das heißt wenn jetzt die dji neo draußen ist und natürlich auch die hover x1 pro oder pro max noch ein richtiges video mache in dem ich dann wirklich beide drohen mit allen specks vergleiche also kanal abonnieren vielen dank fürs anschauen sehr gern bis zum nächsten video und ich sage tschüss bei bei und winke winke